hallo und herzlich willkommen hier ist heute folge hier im arsch dabei fast wieder her ja jetzt ruhig fuhre und dann her geht's ja wahrscheinlich irgendwann zumeist die rente immer sehen aber mindestens drei oder vier taktoren die entsprechende leistung haben dann könnten wir den 1 taktor nehmen der beim walzen bei ist tauschen gehen hier etwas schwächeren 3 es ist heiß im süden schon gesagt der meldenburg 35 grad ist der hammer und montag auch heute sind es aktuell 30 schlimm also wir haben gerade neun das ist angenehm das ist auch angenehm und heute sind es gut schlafen perfekt aber ja gut, kann ich alles haben ja lieber Schauer, hier wird noch ein bisschen gewalzt rechts von mir in der großen Walze dann sind die ersten Felder schon mit der Aussaat fertig du, ist das normal, dass die Sätmaschine keinen Dünger rausgibt? ähm, dann wenn da schon ausreichend Stickstoff drauf ist, ja mal meldet er doch ein bisschen was fehlt und dann wieder nichts, das ist mal ganz komisch und mal beobachten wie das nächstes Jahr so ist, nach der Ernte muss normalerweise immer eigentlich was fehlen außer die Frucht, ja die braucht nicht so viel, das kann auch sein geht ja auch ein bisschen, äh, realismus, ne Dünger, Dünger muss schon sein so, kann das Gerät abgeben Fertig, der Test lief gut ich brauche noch einen weiteren Schützen für Icarus so, den Falk auch schon mal unser Feld 53 ähm, mal gucken, kann gleich einstellen gehen wir mal aus Richtung Silo ja, das könnte sein, dass nicht funktioniert, wenn ich rechne vor vier Jahren war es noch die Top Grafikkarte aber heute ist es nur noch ein altes Teil tschüss Museum so, Silo 1, Spur 1 ja, jetzt kommt wieder Geld rein, super cool fast 54 ja 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 Ups. Wie war deine Woche so? Ja. Angenehm. Ein bisschen. Genießt du die Ferien noch, ne? Ja. Geht gut. Das werden die letzten sein, denk ich mal, ne? Wiederhören. Mal reichen. Na gut, ja. Wenn das so klappt, dann tut ich nicht. Wusstest du denn, wenn das Gymnasium geht, irgendwann ins Internat oder so? Ne. Oder fahren halt Busse? Wir fahren Busse. Und auch in Grimm, ne? Ne. Ne? Ne. Ne? In Grimm habe ich mal gearbeitet in das neue Gymnasium. Neue Betriebe ist schon ein paar Jahre alt. Aber schon ein paar Wochen her. Ein paar Jahre. Da hatten wir mal Türzahlen vergossen mit Beton. Okay. Alles neu. Wir sind noch Fahrzeuge bestellt und hat es noch nicht anfangen zu ächseln. Und komm. So schnell sind wir noch nicht. 1004 Taktoren. Ja. Du hast hier vier Spuren eingefangen, also 1004 Taktoren. Ja. Du bist aber nicht ein Originalname, ne? Ich habe dir anders vorgestellt. Klausi. Ja. So. Mal gucken. Bei der Aussage muss man noch eine Runde fahren. Ah, der wird dann schwach. Der kann die Wals übernehmen. Aber erstmal tanken und andere Reifung rauf. Halt. Erstmal nicht. Hab schon anderen vorgesehen. Der Gärtentraktor. Ist aber auch rot. So. Mal gucken. Und wenn der Wals gleich fertig ist. Da hat hier Schiedfahrzeug hier. Ja. Es ist nur 70er Lauf, ne? Stehen, stehen Blitzer. So glückreich. Ja, ja. Mal gucken. Hier, Inspekter, ob er sagt. Ja. Ja, ja. Ja aktuell, ja. Tempomat eingestellt, ne? Ja. Keine schneller als weg. Ha. Nein. Ha. Ja. Da kann ich schneller. So, Traktor Nummer 3. Hast du schon gehört? Die baut ja Schnee. Das ist mal Weihnachten, Junge. Das sind noch vier Monate. Oh, du sollst ja das ja frieren am Winter, ne? Genau. So. So. So hat Habeck. So. 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 Okay. dann hörst du den Ruf und dann musst du ihm folgen so eine Art Hypnose wie tat heute noch alles weh? entweder die Schulter oder die Hüfte furchtbar kurz vor der Rente die wissen es noch nicht das war das hier mit den Dreschern da waren wir mal verkehrt kein Teal ein kurs telegramm schicken nachricht der fährt auch hin und der ist hier fertig so hat eine runde noch das auffällig traktor noch mal drei morgen sonntag ich habe schon fleißig kurken geerntet die muss ich regelmäßig gießen die sind sehr wasser auch nahmefreulich aber der ist bald vorbei sobald ich eine woche zu hause bin dann sind die alle weg hoi schlau sich neue an so habe ich schönes hier so angepasst bin tro ein bisschen so 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 dann können wir auch den ladewagen fürs ding nehmen sogar für sinage für exitwood den vierten traktor ausleihen oh ruckelt wieder dann können wir bald starten nur noch heu auskippen dann schicke ich das zum feld kann man die erste runde fahren und dann geht er fast von alleine jetzt die kuh die kühel der futter für die kühe sie hergestellt freutechnisch dann geht es nicht da ist es nicht da ist es nicht so gut dann kann ich nun mal der ist da angekommen der ist auch fast fertig mit der aussaat müssen wir noch nacharbeiten also die anzeige zeigt an dass er normalerweise plus 165 kg zu geben will aber er geht keins ab und geld geht auch keins ab in dem sinne ich glaube ja der ist laut vielleicht macht er auch kurz blick kann auch sein mal gucken wir in der manuell fahre ach das kann sein haben wir kurz beim eingestellt hat er nicht enttümmt ja normalerweise ist daran dass jetzt hier ziel erreicht müsste eigentlich ich gehe mal kurz rein bei kurs vielleicht vielleicht steht da irgendwas wird es ausschließen spieler maus ich finde ich jetzt nicht aber egal ich mache hier nacharbeiten fertig und dann mal schauen da jetzt was nachgibt pauschal jedenfalls ja wenn ich jetzt fahre dann geht jünger raus die 見 das 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020